So, hallo und willkommen zurück. Wir haben es geschafft. Ich glaube, wir gehen einfach direkt weiter. Moment. Nummer zwei, Nummer drei. Gut. Oh, Alter, hier fliegen die Blätter, äh, die Bret... Alter, fast weg. Oh, geil. Oh. Alter. Oh Gott. Also für mich wäre das nichts. Ich habe höhen Angst, das wäre nichts für mich. So, vorsichtig. Macht gut. Scheiße. Da darf man... nicht das Gleichgewicht verlieren. Wenn man das hier einmal verliert, dann... ...war es das. Komm, Lera. Zack. Komm. 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 Oh. Gott, ey. Das hat die Frau Nerve. Bah. Ich bin nicht da. war. Ah. Höh. Kommst du her? Ja. 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 Das waren definitiv nicht alle. Noch lange nicht. Das heißt? Ah, ich weiß schon, was das heißt. Äh. Aber wie komme ich da hin? Äh. Lol. Mhm, 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 mhm. Ja, schau mal, hier ist auch noch, da ist auch noch was. Liegt hier hinten noch was rum? Nein. Okay, also da klappert's, da klappert's, da klappert's. Ich denke mal, wir müssen überall hier was aufdrehen. Oder? Hm. So, los, Kurbel, Kurbel. So. Jetzt hier hin. Kurbel, Kurbel, Kurbel. Los. Jawoll. Komm. Na, nochmal. Komm. Und jetzt aber. Das muss doch irgendwie gehen. Vielleicht aber nur ein Fenster. Ich muss die beiden irgendwie anders kämpfen. Ah. Die geht immer in die Mitte. So, zu. So. Vor allem, wo kommt der Wind mal her, würde ich gerne mal wissen. Ah. Oh. Ein bisschen kaputt. So, das machen wir auf. Das da drüben machen wir dann zu. Na, komm. So. So. Wo? Wo? Die ist im oberen Geschoss! Uah! Okay, wo... Da bist du! Hey! Ha! So! Scheiße! Ich bin sofort hier raus! Der Glocke müsste es gehen! Ja, jetzt weiß ich auch! Nein! Da drüben muss aufgemacht werden! Gott, ist das windig! Haben die hier keine Wetterwarnung oder sowas? Alter! Komm! So! Tschüss! Lauf, 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 lauf! Boah, WTF! Ah! Nein! Boah! Boah! Komm, Lera! Alter, was ist denn hier los? Boah! Ich weiß, dass ich hin zur Brücke musste! Ich habe irgendwie... Äh... ...die Kurve nicht gekriegt! Verdammt! Ja, man soll schon vorausschauend spielen, sonst schmiert es einen echt an! Was ist das? Was ist das? Ach ne! Nochmal der ganze Spaß! Oh, der ist daneben gesprungen, der... ... ... ... Alter! Nein! Hä? Was? Komm, ey. Jetzt wird's aber langsam lächerlich. So. Irgendwie kommt man automatisch nach links. Oh. Ja, hier hebt sich das ganze Ding jetzt. Nicht zu weit. Jetzt bin ich doch ganz unten. Schieß. Ruckel. Gott, das haben wir für die arme Frau. Ja, Wasser. Wenigstens ist sie sauber. Was soll's. Hallo? 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 Sam? Hier ist Lara. Oh Gott, Lara. Es tut so gut, sich zuhören. Ich auch, Sam. Ist der Rest der Crew bei dir? Nein. Ich hab das Funkgerät einer Wachen gestohlen. Einer Wachen? Ich wurde entführt. Was? Wo bist du? Ich weiß nicht. In einem japanischen Palast. Sie reden immer über ein Feuerritual. Lara, ich hab ne Scheißangst. Scheiße, da kommt jemand. Sie dürfen nichts hinzuhören. Sam! Ein Feuerritual. Wie auf dem Bild in Unikus' Rabe. Roth! Bist du da? Ich bin unterwegs zum Palast. Wenn Sam recht hat, werden die anderen auch dort festgehalten. Ich komm zu dir. Und wir gehen zusammen rein. Also so wie ich das gerade mitbekommen habe. Oder so wie ich das deute. Wegen diesem Feuerritual und so weiter. Was waren das für Dinger in dem Kloster? Sie waren gekleidet wie die Sturmwache. Und ihre Geräusche waren fast unmenschlich. Scheiße. Halt immer selber zu, Lara. Ich hab's wie Dad. Es ist, als wären sie Überreste einer untergegangenen Zivilisation. Okay, jetzt bin ich wirklich Dad. Ich weiß nur, dass sie diese Männer getötet haben. Und sie würden sicher nicht zögern, mich auch zu töten. Warte. Daran darf ich jetzt nicht denken. Sam ist in Schwierigkeiten und ich muss sie zurückholen. Sie verlässt sich auf mich. Darf ich jetzt? Ja, also wie gesagt. Also ganz ehrlich, ich glaube, dass die... Äh, dass Sam... Ich denke mal, diese neue Sonnenkönigin sein wird. Kann. Tun. Muss. Nein. Zack, mach dran. Ich will nämlich da drüben hin. Ah. Oh. Ich hab gedacht, ich werd da weggespült. So, geh rauf. Zünd an. Oh, fuck. Nee, da... Nee. Da will ich nicht unbedingt hin. Okay, geh hoch. So, Brücke oder Seil? Wir nehmen mal die Brücke. Hopp. Ich glaube, hier geht es ganz normal. Ja. Ich, wir gehen nochmal kurz zum Seil. Verdammt. So. Zack. Mal schauen, was da oben auf dem Felsen ist. Sieht auch wie ein Wachposten aus, sag ich mal. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge, was da oben ab, äh, vor sich geht. Ja. Mal schauen. Also dann. Wir sehen uns, ne? So, hallo nochmal. Und, äh, ja, danke, dass du dir das Video angeguckt hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Kritik und so weiter immer erwünscht. Jetzt hast du folgende Möglichkeiten. Du kannst klicken auf YouTube und du kommst auf meinen, äh, YouTube-Channel, um dir weitere Videos anzugucken. Oder auf Twitter. Dann kommst du halt auf meine Twitter-Seite. Na, und das gleiche auch mit Facebook. Äh, ja, auf Twitter, äh, wird auch noch jeden Tag, äh, eine Folge veröffentlicht. Also es wird, äh, es wird eine Meldung geben. Das Video ist jetzt online und, äh, wenn du bei Twitter zufällig bist, kannst du auf Follow klicken und dann verpasst du auch kein einziges Video, wenn ich welche hochlade. Oder halt ein Abo bei YouTube, dann verpasst du natürlich auch nichts. Und bei Facebook, Facebook ist zum größten Teil da, um einfach nur zu sagen, ja, äh, hier sind wichtige Infos oder sowas, ne? Ja. Und halt rechts unten, Profit, so heiße ich, nicht verwechselt, ne? Also dann. Wir sehen uns beim nächsten Video oder was auch immer.